herr leute und alle herzlichen zahlern aufnahme von wacke lewitsch zusammen mit gary ja und ich bin wieder du erinnigen doppel doppel im mink mod kurz vor brosse 3 erste befreiungsschlag ok und und ich verpackt nein oh der kommt wieder gar nicht schön doch doch läuft das hast du gesehen von der Wand habe ich den genommen und das ohne Training oh das ist nicht schön ok aber er ist auch nicht gut drin ok er ist auch echt nicht gut drin das ist auch richtig scheiße und ich renne da rum wie ein Hubbleman ey und jetzt haben sie mich auch gespielt aber komm jetzt raus hier und jetzt am besten direkt nein schade wir werden wieder direkt aufs Tor gerollt mach du schon wieder da hinten ja dann halbauer ich war vorne bis ich gesehen habe aber eigentlich der kommt ein bisschen schneller hinter ja der ist drin ja der ist drin ja gerade mal wieder ein schönes Wasserbad ja der war ja auch perfekt der war ja auch perfekt was nicht oh hui oh Fuck, ja, sehr gut. Oh, wer hat ihn? Ja, der hat ihn leider nicht auf mich gespielt, wie ich eigentlich gehofft hatte. Dankeschön. Sehr schön. Ja, heute bin ich richtig heiß, irgendwie. Mhm. Das blickt nur an Zippy, ich sag's dir. Ich fahr? Ja, ja. Zippy ist schon im Rückwärtsgang. Der kann auch mal dir ein Tor lassen. Ja, irgendwie jedes Mal, wenn ich sag, ich fahr, dann verkau ich irgendwie einen Anstoß. Oh, ich hab mal zwei Paraden draus gemacht. Cool, ne? Jetzt hab ich sogar schon Retter und die nächste Parade nach Retter auch schon. Also ich geh richtig ab, sowohl im Sturm als auch in der Verteidigung. Ich hab schon viel verraten einfach. Jetzt wird Zeit für ne Vorlage. Ja, ah. Ja, hier. Ne, die kommt nicht. Der hat abgefälschte Bongo. Aber jetzt. Da kommt sie. Oh. Wie spielen du rein? Nicht. Doch, du hast den Perfekt auch nicht gespielt. Na, die anderen waren noch drin. Nein. Ich hab richtig gekackt. Ich hätte stehen bleiben sollen und dann in Linksrolle und nicht aus der Fahrt raus. Dann hätte ich ihn gehabt. Schau, wenn ich da stehen geblieben wäre mit der Linksrolle, hätte ich ihn gehabt. Aber ich bin weitergefahren. Aber wir lernen aus unseren Fehlern. Es ist nicht so, weil bleibe ich stehen und ich hätte weiterfahren müssen wahrscheinlich. Oh, ich hab ihn erwischt. Fahr mal nach vorne. Oder er den nicht erwischt. Nein. Interessant. Wo fliegt der hin? Oh, der fliegt richtig. Scheiße, der fliegt der hin. Was? Nein. Ja. Glanzparade. Ja, das geht auch als Glanzparade durch in meinen Augen. Nein. War ein guter Schuss. Also erst von der Wand und dann nochmal schön nachgelegt. Also Respekt. Die sind nicht schlecht. Aber wir machen es ja trotzdem fertig, okay? Jetzt hörst du. Easy. Sehr schön. Messi, Stylus geht wohl mit dem Wagen auch. Schau mal, ich hab ne neue Anfahrtechnik gelernt, dass... Wenn man nach dem ersten Sprung ein bisschen wartet... Oh, dann verkack ich's. Ob ich ihn sehe. Ja, der war ja auch gerade... Aber ich weiß jetzt nicht, warum ich auf die Seite gesprungen bin. Das üblich für den nächsten Anschluss noch mal, wenn ich vorne bin. Aber theoretisch kannst du nämlich mit dem ersten Salto quasi bis zum Ball springen. Okay. Wenn du das zweite X drücken, kurz abwartest und dich quasi im 90 Grad Winkel zum Boden stellst. Oh nein. Oh, zum Glück. Geht ihr daneben? Ja, ich hab den Tor dicht gemacht, aber hatte trotzdem Angst eigentlich. Bitte? Ja. Nein. Hast du? Ich versuch's im Nachschuss. Bin direkt an die Latte gesprungen. Ah, war zu schwach, leider. Oh, sorry. Oh, ich hab ihn fast reingemacht damit. Okay, der erste fehlt. Der zweite nicht. Der erste fällt wieder. Nein. Oh. Ja, das sieht gut aus. Okay, das haben wir vorne. Ich glaub auch. Hier richtig schön wieder von der Wand geholt. Und dann einfach nur auf den Mund fallen lassen. So, schön. Ja, da fahr ich nicht mehr hin. Nö. Und Brasse 3! Geht's, wird. Das heißt, letzte Folge haben wir hier unseren ersten, was war's, unseren ersten Volley-Treffer geschossen. Und diesmal schießen wir direkt im ersten Spiel in unserer Bosse 3-Premiere. Spannende Folgen diesmal. Kann man schon so sagen. Hm? Oh, wir haben diesmal getrennte Gegner, die nicht zusammenspielen. Okay. Ah, das wird wahrscheinlich noch einfacher. Na, schauen wir mal. Verdammt. Da kommt direkt Zipi in ihm wieder durch. Da bin ich schon mit sehr viel Glück angekommen. Weil ich bin nämlich gegen den Pfosten gesprungen und dann mit dem Rückwärtssalto in die Mitte vom Tor gefallen und dann mit einem Seitwärtssalto wieder genau gegen den Ball rausgesprungen. Ja, aber... Also ohne den Salto, ohne den Salto wäre der Ball drin gewesen. So, ich stehe auf jeden Fall fest. Das heißt, es war schon so, dass ich was getan habe. Der Ball ist nicht auf mich gefallen. Weil ich war zu weit im Tor gestanden. Der wäre drin gewesen. Und... Nein. Ich bin ihn da rein. Oh. Ich bring ihn mal auch nochmal rein. Ah, ich hab gemeint, wenn ich ihn so weit vorne spiele, kommt der Gegner nicht dran. Oh. Das macht wieder jetzt halt. Okay. Bin ich dran? Ja. Ist drin. Sehr schön. Ja, ich fahr. Ja, ja. Weiß doch. Jetzt wird es wieder nichts mehr. Ja, ganz genau. Leck mich doch, Marge. Was doch alles. Der war richtig schön sogar. Ja, aber der hätte ich gar nicht fahren brauchen für den wahrscheinlich. Oh, ich versuche ihn. Oh, oh. Das ist jetzt richtig krass. Ich hätte es nicht versuchten sollen. Ich bin auch gesprungen. Ich schieße ihn. Ich felle. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bei mir knapp. Ich vorbeispringe halt. Aha. Und dann genau unter die Latte. Okay. Aber wir wollen ja hier auch nicht komplett ohne Gegenwehr hier irgendwie gewinnen. Ist ja auch langweilig. Der Gegner darf sich schon noch verteidigen. Oh, das war nicht so schön gecleatet von mir. Sorry. Der war schön noch gecleatet. Weil den kann ich weiterverwerten. Ich habe ihn abgedrückt. Ich habe ihn abgedrückt. Ich habe irgendwas hinter mir gehört. Deswegen habe ich ihn in die Ecke gehauen. Sehr schön. Der kommt. Nein, der ist drin, oder? Ich habe auch genau auf der Pfostenlinie lang geschossen. Das ganze Spielfeld. Ah, das hat er mich sogar überholt. Unglaublich. Oh, geht er rein? Nein. Ach, komm. Oh, ich fahre. Und wenn du im Tor stehst und ich draußen bin und ich die Chance habe, an den Walzer gehen, bleib du lieber. Oh, ich habe Lecks. Oh, jetzt nicht mehr. Oh, bitte. Doch, komm, bitte. Oh, oh, oh. Aber nicht schön. Oh. Jetzt aber. Da. Oh, scheiße. Sorry. Ich schaue, dass du ihn wieder reinkriegst. Na, nicht so schön. Oh. Kommt. Aber ich glaube, dieser Präsident hätten eh reingeschossen, wenn er getroffen hätte. Wahrscheinlich, ja. Da hast du gesehen, mit einem Schuss beim Led nach vorne gesprungen. Aha. Aber ich bin nur noch nicht so überzeugt, ob es eine bessere Anschluss-Technik ist, als die mit dem Doppel-Vorwärts-Helter. Bin ich noch am Ausprobieren. Kriegst du den? Ja, so halb. Ich konnte ihn zumindest bremsen. Ich habe mich leicht verschätzt. Ich mache ihn weg. Oh. Ich mache. Nein. Sehr schön. Oh, der kommt schön. Aber nice. Boah, das steht ja schon 5 zu 1. Ja. Na gut. Ja, und dann hätten wir auch die Folge gewonnen, würde ich sagen. Erstes Spiel in Bronze reingearbeitet, zweites Spielgegner gibt auf und wir haben Bronze gesichert. Dann würde ich sagen, ich habe noch ein Level, aber auf 34. Hier passiert echt alles. Und wir sehen uns das nächste Mal in einer weiteren Folge. Und bis dahin, servus und ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.